Ich meinte natürlich Nordosten und nicht Nordwesten. Trotzdem müsste ich jetzt... Warte. Habe ich noch einen zweiten gebaut? Da, einen zweiten. Setz dich mal hier hin, damit keiner daran vorbeilaufen kann. Setz da ein paar Magazine rein, baue noch mehr Magazine oder baue ich Eisen. Ich brauche Eisen, ich brauche ein wenig Kohle für die anderen Sachen. Ich brauche die Mauer nicht hier. Wie schnell wurde die hergestellt? Eine. Hier. Ernsthaft? Gott, das ist lang. Hier schmeiß mehr Steine rein. Mach durchgehend mehr davon. Warte, jetzt habe ich... Ich brauche mehr davon. Mehr von diesen Anlagen. Habe ich noch irgendwo eine Steinader? So schnell zugänglich. Das da ist Blei. Was ist das da? So, das sind tote... Ja, totes Fieszeug. Ich bin zu sehr gestresst. Bau das da und guck mal, ob wir jetzt die Erze... Da drin zerschreddern können. Nee. Aber wir können hier... Scrapeboot machen, um daraus irgendwas anderes zu machen. Forschung... Was seid ihr? Mining Drill Research. Brauche auch wieder komisches Zeug. Nee, das lasse ich ganz kurz so stehen. Und ich kann hiermit keine Flakes anscheinend machen. Aber ich kann Kohle-Staub herstellen. Was ist das für ein Zeug? Trifidam. Was? In der Schreibung unten. Sehr gut. Ich kann Kohle-Staub herstellen und mit dem Kohle-Staub die Briketts machen. Mit den Briketts kann ich effektiver das hier betreiben. Das heißt, das würde folgendermaßen aussehen. Hier würde das dann irgendwo anhalten. Hier kommt hier rein. Macht Coal Dust. Achso, ich wollte da noch Eisen abholen. Ich bereite schon mal dann gleich die Kohle-Umverteilung davor. Mehr Muni. Fabrik da. Eins, zwei. Und acht Mauern. Das... Echt, echt Mau. Erforsch bitte mal die besseren Schmel-Mesher. Oh, du machst Iron Dust aus dem Zeug. Wir bräuchten mal 50 davon. Nee, mach dann bitte erst mal die... Habe ich die besseren Schmel-Suchen schon? Nee, da. Das waren es. Brauch auch 50. Aber dann wäre der nächste Schritt ein Electric Furnace, der weiße Bretter braucht. Oh Gott, das wird doch ewig nichts. Oil Processing. Ich muss die grünen Tränke auch bald automatisieren, ha? Hilft nichts, glaube ich. Untergrundbilds. Ja, erforsch mal Untergrundbilds. Go. Seitdem der eine Angriff jetzt war, ist nichts mehr. Das ist komisch. Okay, zwei Angriffe waren es, ne? Ja. Nicht, dass die sich jetzt einen neuen Weg in die Basis suchen und die Türme hier vollkommen sinnlos waren. Hier ist hier so ein grünes... Nee, ist nicht. Licht weg. So. Eins, zwei Abstand reicht, glaube ich. Das ist jetzt meine Verteidigungsanlage. Sehr beeindruckend, ich weiß. Und ihr bekommt... Nee, warte. 20 Magazine jeweils sollte eine ganze Weile reichen. So, Rest ist für den Eigenbedarf. Nach und nach wird die Mauer dann zugemacht. Und dann im Westen und Nordwesten ebenfalls Mauer weitergebaut. Du kannst mir hier irgendwo in die Wallerei geschmissen werden, da. Damit ich mich in 30 Folgen wundern kann, was da los ist. Strom sieht sehr gut aus. Muss ich nichts verändern. Und genau ihr hier. Du solltest von da nach... Da... Baummeer-Ämmchen. So, du machst bitte... Wo sind jetzt die Fuel-Dinge? Ach, das wird in einem P gemacht und nicht in der... Okay. Ich habe ganz vergessen, wie Joki mit den PWCs hier umgeht. Die brauchte man dafür alles Mögliche. Ich glaube, ich brauche jetzt zwei P's. Das heißt, du gehst von da nach da. Da ist ein P. Du machst in dem P... Mixed Solid Fuel Block. Braucht Crushed FC. Nein, du brauchst bitte... Coal-Stack. Welches ist effektiver? Coal-Dust. Dreimal Coal-Dust sind 18. Also ein Coal-Dust ist 6, richtig? Ja, ein Coal-Dust ist 6. Also da ist keine Gewinnung. Das da ist 9 mal Coal-Dust. 9 mal 6 sind... 54, oder? Ja. Es ist ein kleiner zu gewinnen. Und es nimmt weniger Platz in Anspruch. Was haben wir da? Enriched Fuel Block. Brauch Mixed Solid Fuel Block. Ich glaube, ich nehme den da. Achso, du brauchst vorher das... Du brauchst den vorher. Und dann den da. Hm. Das heißt, das wird dann hier gekappt. Geht da oben rüber. Und dann hier wieder runter. Räumchen. Achso, Stromversorgung. Auch noch. Und damit läuft es jetzt hoffentlich besser. Dafür muss allerdings die ganze Coal-Dust erstmal weg. Und die Sachen müssten da eigentlich raus. Mal gucken, wie das gleich mit dem Übergang läuft. Aber ja. Logistics ist fertig. Erforst. Dann... Mach mal... Fast Long Insurter. Nein. Tenemut. Tenemut war die... Äh... Klon-Geschichte. Nicht Klon, sondern... Wie heißt das? Replicator, genau. Was bist du? Electronics Assembling Machine. Achso, du bist dafür da, die Chips zu bauen. Die Electronic Boards, oder? Oh, und eine blaue Fabrik. Die brauche aber auch blaues Grisselbrettzeug. Das ist doof. Ich muss auf grün. Demnächst. Bronze brauche ich gerade noch nicht. Warehouse. Large Area Drill. Ich glaube, Large Area Drill... Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht bei den endlosen Ressourcen. Die überlappen sich dann, ne? Ja. Oh, hier. Bessere Rüstung. Das klingt sehr gut. Mach das. Go. Und zeig mal her, wie das hier jetzt inzwischen aussieht. Weil die haben alle noch Kohle drin, aber das zweite Feld ist frei. Also kommt da jetzt hoffentlich das rein? Jupp. Was wird jetzt zuerst verbrannt? Oh, und da hinten deckert was. Stopp. 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 Ich hole Eisen ab, ich hole Mauern ab und dann gucke ich erst da oben hin. Und zwar gucke ich, wie viele Artefakten da rumliegen und wie viel Munition verbraucht wurde bei dem Angriff. Damit ich so ungefähr abschätzen kann, wie viele Magazine ich nachlegen müsste nach jedem Angriff. Und dementsprechend kann ich einfach halt mehr reinpacken, um nicht nach jedem Angriff hinzulaufen. Oh, das sieht schön aus. Boah, sind das viele? Brauchten 100 für einen oder wie war die Umrechnung? Unter was ist die Umrechnung? Da ist ganz komisches Zeug. Das will ich nicht. Ich... Da. Ja, 100 Stück. Okay. Brauch also noch ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Und das waren 20. Sind 17. Ja, das hält mir eine ganze Weile. Gehen wir mal auf 30 hoch jeweils. So. Und ich glaube, ich achte jetzt gar nicht drauf, dass... Warum meckerst du da? Also du da hinten bekommst keins, weil der erstmal die 5 voll haben will. Und es kommt hier nichts Neues an, weil das alles vorher weggefangen wird. Ja, hör mal auf damit. Du bekommst mal hier einen ganzen Stack voll. So, dann hätte ich als nächstes ganz gerne... Ja, wir haben gerade Stromprobleme, weil nicht genug Blöcke hinten ankommen. Das sollte gleich behoben sein. Dann hätte ich gerne noch ein C und zwei P's, um das hier weiterzubauen. In doppelter Ausführung. Ich kann das ja schon mal vorbereiten. Da, da... Mähmchen. Bau, Mähmchen. Und Fließband nach da. Und dich nach da. Und dann passt das alles. Und euch verdoppeln kann ich dir demnächst auch noch. Und für vierfache und alles mögliche. Und was kommt später? Mehr Mauern. So, Osten ist gleich zu. Nordwesten ist schwieriger. Aber ich denke, ich mache hier zuerst zu und gucke mal, ob hier eine Verbindung besteht. Oder ob das auch eine Halbinsel nur ist. Mitkommen. Mitkommen. Amor-Crafting ist im vollen Gange. Aber da es nur eine einzige Fabrik ist, zieht sich das halt ein bisschen. Stahl sieht dafür sehr gut aus. Eisen auch. Ich bräuchte bald auch die schnelleren Ärmchen. Konnte ich, glaube ich, auch schon erforschen. Genau, hier verdoppeln. C, P, B. Schrift rechts, Schrift links, Schrift rechts, Schrift links, Schrift rechts, Schrift links. Und es fehlten noch Ärmchen. Die Ärmchen tackern ich mir hier unten fest und hellblau. Das ist auch. Komm, mittlere Maustaste. So. Flup, flup. Genau. Alles schön hier oben voll machen. Also du kriegst temporär mal ein bisschen Kohle hier zwischengeschoben. Damit ihr auch auf Hochdruck arbeiten könnt. Temperatur 50? Na schon. Was ist jetzt schon wieder los? Ich dachte, einer kann zwei betreiben mit 100 Grad. Aber anscheinend nur, wenn es nicht voll ausgelastet ist. Okay. Wieder was dazugelernt. Das heißt, ich bräuchte hier doch noch was dazwischen. Ich könnte den wegnehmen und dafür zwei Boiler hinpappen. Guck mal. Bau zwei Boiler. Oder ich gehe auf den nächst höheren. Dafür bräuchte ich aber N4 Pellets. Und ich glaube, die hier waren auch größer. Also von Ausmaßen her. Achso, die brauchen natürlich auch noch Ärmchen. Und brauchen Temp-Kohle. So. Jetzt gibt es noch eine Gart. Dum 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 dum. Schön, 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 schön. Ihr seid fleißig am Arbeiten. Ich könnte das noch mal hier hin kopieren. Aber ich denke, die werden jetzt reichen, um das durchgehend zu betreiben. Okay. Helmet. Das mit der Forschung hier gefällt mir echt nicht. Ich brauche... Ich crafte einfach selber ein bisschen was dazu. Vor allem auch die grünen Tränke hier. Und baue dann gleich noch ein Labor. Labor, noch eins. Und schon mal auf vor fünf Fabriken. Mwahaha. Sehr gut. Jetzt aber erstmal einen kleinen Trip in den Westen. Um zu gucken, wie es da aussieht in der Halbinsel. Und eigentlich müsste ich auch nach Osten gucken. Weil von der Basis kommen die Feinde nicht. Die kommen irgendwo anders aus dem Osten. Okay. Hier ist schon mal nichts. Das heißt, hier ist ein kleiner Zugang. Den muss ich zumachen. Könnte ich mit meinen 18 Mauern fast schaffen. Dann setze ich auch noch einen Turm hier hin. Nur für den Fall, dass mal irgendwas aus der Richtung kommt. Zack. Geht's da auch noch hin? Nee. Fisch. So. Nur ein paar Sachen abbrechen, sonst wird der Turm niemals fertig. Bauturm. Bessere Rüstung brauche ich noch ein bisschen. Genau. Turmbauen. Vielen Dank.